In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, alle Tränen zu weinen und alles Lachen zu lachen. Herzlich willkommen hier beim 14. Türchen im Adventskalender für gewaltfreie Kommunikation. Ich freue mich sehr, wenn Sie dabei sind oder mich auch jetzt erst gefunden haben. Dann haben Sie noch ein paar Tage zum Nachhören und Nachschauen hier im Adventskalender. Bleiben Sie auch gerne dabei, abonnieren Sie den Kanal. Es gibt am 4. Advent, am Sonntag am 14. Advent ein Gewinnspiel. Dort können Sie einige Zugänge zum Online-Kurs gewinnen oder einige handsignierte Exemplare meines Buchs, die neue gewaltfreie Kommunikation. In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, alle Tränen zu weinen und alles Lachen zu lachen. Marshall Rosenberg. Dieses Zitat, dieser Spruch von Marshall hat mir immer gut gefallen, einfach weil er die Gabe und auch Lust daran hatte, die gewaltfreie Kommunikation einfach, bodenständig, normal zu erklären. Also keine große Methode, manchmal auch keine tollen Werte, sondern alles Lachen, Lachen und alles Weinen, Weinen. Warum? Naja, weil Marshall davon ausging, wenn Menschen wirklich Kontakt zu ihren authentischen Gefühlen haben, haben sie auch schneller Kontakt zu ihren authentischen Bedürfnissen. Und das führt tendenziell zu Gewaltfreiheit, zu mehr Verständnis, zu mehr Offenheit, zu mehr Begegnung und Kommunikation. Nun ist es so, dass uns Lachen oft leichter fällt als Weinen, als Trauern. Manchmal ist es natürlich auch so, dass wir eigentlich lachen, obwohl wir weinen sollten. Das kennen Sie auch, wenn uns das Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt. Oder wir lachen, nutzen, um etwas auszudrücken, was eigentlich traurig ist, aber wir trauen uns nicht, traurig zu sein. Das ist eigentlich schade, aber das kenne ich auch. Und dann merkt man schon, dass innerlich das Lachen manchmal kippt. Wenn Sie das bei jemandem erleben, trauen Sie sich doch zu fragen, ob das wirklich lustig gemeint ist oder nicht eigentlich traurig ist. Ich habe das oft erlebt und wenn ich dann gefragt habe, dann konnte ich der Person wirklich sagen, ja, eigentlich ist mir traurig zumute. Und was an diesem Zitat mir auch sehr wichtig geworden ist, trauern ist genauso wichtig und wertvoll wie lachen. Ich glaube, oft sogar wichtiger in der Hinsicht, dass wir uns eben weniger oft erlauben zu trauern. Was heißt trauern? Trauern ist in meinem Verständnis ein Bedürfnis. Es ist ein Bedürfnis, etwas Schwieriges, eine schwere Erfahrung, einen Verlust, einen Schmerz zu verarbeiten, langsam zu integrieren, vielleicht loszulassen, obwohl loslassen ein großes Wort ist, aber gesund damit umzugehen. Und trauern ist genau der Prozess, der dafür notwendig ist. Wenn wir etwas verlieren, was uns wertvoll ist, und das kann schon ein Arbeitsplatz sein, kann natürlich auch eine Beziehung sein, ein uns wertvoller Mensch, dann müssen wir diese Erfahrung loslassen. Das heißt, wir müssen das loslassen und verarbeiten, was wir schmerzvoll darin erlebt haben in dem Trennungsprozess, sei es vom Arbeitsplatz oder einem Menschen. Wir müssen loslassen, was wir für Erwartungen und Hoffnungen hatten, was für Wünsche und Sehnsüchte. Und Trauern ist genau der Prozess, in dem dieses Verarbeiten, dieses Integrieren und Loslassen langsam passieren kann. Ich sage langsam, weil Trauern ist ein sehr individueller Prozess. Manche Menschen brauchen mehr Zeit, manche weniger. Trauern hat auch Phasen. Am Anfang kann man es vielleicht gar nicht zulassen. Dann kann man die Traurigkeit langsam spüren und merkt, dass dann eigentlich erst das Trauern losgeht. Also das ist sehr individuell. Aber Trauern und Lachen gleich wichtig zu nehmen, das finde ich eine schöne Erinnerung von Marshall. So viel für heute zum 14. Tag hier. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute.